Willkommen beim American Football Shop. Heute stellen wir dir die Rookie Goat Wasser abweisende Rolltop Tasche vor. Die perfekte Tasche für alle Football Spieler, die Flexibilität, Schutz und Stil in einem Suchen. Diese Tasche überzeugt durch ihr minimalistisches und funktionales Design. Sie bietet dir einen großen flexiblen Stauraum mit einem Rolltop Verschluss, der dir maximale Flexibilität beim Packen bietet und gleichzeitig dafür sorgt, dass dein Equipment sicher verstaut ist. Das wasserabweisende Material schützt deine Ausrüstung vor Regen und Feuchtigkeit. Egal, ob du zum Training gehst oder auf dem Weg zum Spiel bist, deine Sachen bleiben trocken und sicher selbst bei schlechtem Wetter. Die Rookie Goat Tasche bietet dir einen großen offenen Innenraum. Ohne unnötige Unterteilungen hast du die Freiheit Helmen, Schulterpatz, Schuhe und vieles mehr, einfach und effektiv zu verstauen. Zusätzlich gibt es praktische Seitentaschen, die perfekt für kleinere Gegenstände wie Handschuhe, Mundschutz oder dein Smartphone sind. Alles Wichtige ist schnell griffbereit. Der Rolltop Verschluss ist nicht nur stilisch, sondern auch praktisch. Du kannst die Größe der Tasche ganz einfach an dein Equipment anpassen. Einfach aufrollen und sicher mit dem Verschluss fixieren. Ein weiteres Highlight ist die versteckte Rucksackfunktion. Mit wenigen Handgriffen verwandelst du die Tasche in einen komfortablen Rucksack. Ideal, wenn du längere Strecken zurücklegen musst oder viel Ausrüstung bei dir hast. Die gepolsterten Schulterriemen sorgen für optimalen Tragekomfort, auch wenn die Tasche voll beladen ist. Ob in der Hand oder auf dem Rücken, die Rookie Go Tasche passt sich deinen Bedürfnissen an. Die verstärkten Nähte und das widerstandsfähige Material machen die Tasche extrem robust und langlebig. Diese Tasche ist ein perfekter Begleiter, egal wie hart dein Training oder Spieltag ist.